Gut vier Kilometer von Nordhoff entfernt liegt in südöstlicher Richtung das gut 1000 Einwohner zählende Dorf Tim Aspe. Bis zur Eröffnung der damaligen Europastraße 3 und der heutigen Landesstraße 328 im Jahre 1963 fuhr alles, was vom Süden kam und Richtung Rendsburg und Flensburg unterwegs war, mitten durch den kleinen Ort. Spektakuläre Unfälle hat es damals immer mal wiedergegeben. In Erinnerung ist wohl wegen des Geruchs und der verschmutzten Straße der Unfall mit einem LKW geblieben, der bis oben hin mit Fisch beladen war, erzählte eine Einwohnerin, die den Unfall damals als Schulkind miterlebt hat. Zur Schule ging man damals in Tim Aspe in die Volksschule, hier an der Hauptstraße. Das gut erhaltene und ehrwürdige Gebäude ist heute der Kindergarten mit dem schönen Namen Schwalbennest. Trotzdem hat Tim Aspe auch heute noch eine moderne Grundschule. Ein klein wenig am Ortsrand, neben dem Schwimmbad und der Sporthalle steht das Gebäude, in dem bis zur vierten Klasse unterrichtet wird. Sogar eine betreute Grundschule gibt es hier. Im Tennissportheim gegenüber werden unter Aufsicht die Kinder betreut, deren Eltern berufstätig sind. Von der fünften Klasse an gehen die Kinder dann weiter in Nordhoff, Neumünster, Rendsburg oder Kiel in die Schulen. Auch der öffentliche Nahverkehr bedient Tim Aspe mehrmals täglich. Der Bus pendelt von Rendsburg kommend über Nordhoff bis Neumünster und wieder zurück. Das passt zwar nicht immer, sagt ein Tim Aspe, aber so schlecht sind die Verbindungen in beide Richtungen auch nicht. Am Bahnhof, heute in privater Hand, hielt zuletzt 1987 ein Personenzug. Hier gab es sogar einen kleinen Güterbahnhof mit Nebengleis. In den ehemaligen Lagerhallen und Schuppen, in denen heute ein paar örtliche Gewerbebetriebe ihr Zuhause gefunden haben, wurde der im Schöpermoor gestochene Torf zwischengelagert und anschließend auf die Bahn verladen. Die alten Gleise dienen seit der Stilllegung des Umschlagplatzes teilweise heute noch als unverwüstliche Zaunpfähle. Tim Aspe ist neben einigen kleineren und größeren Gewerbebetrieben auch heute noch von der Landwirtschaft geprägt. Sechs größere Höfe in und um den Ort herum sind hier in Betrieb. In Tim Aspe gibt es ein ausgiebiges Vereinsleben. Neben der Freiwilligen Feuerwehr ist hier ein Schützenverein mit eigenem Schießstand seit 1977 aktiv. Der Sportverein TSV Tim Aspe bietet in vielen Sparten sportlichen Ausgleich für Jung und Alt. In der Halle genauso wie auf den gepflegten Freiflächen. Das Deutsche Rote Kreuz hat hier einen Ortsverein und es gibt einen etwa 50 Mitglieder zählenden Geflügel-Zuchtverein. Nicht zu vergessen der Sozialverband und die Siedlergemeinschaft. Zwischen Schule, Sporthalle und Tennisplätzen unterhält die Gemeinde seit 1970 auch ein Freibad, das nicht nur bei den Tim Aspern sehr beliebt ist. Auch viele Wasserratten der Nachbargemeinden kommen nach Tim Aspe, um sich hier im und am Wasser zu vergnügen. Ein modernes Seniorenpflegeheim rundet das Ortsbild, das von schönen und gepflegten Siedlungen sowie landwirtschaftlichen Betrieben geprägt wird, ab. Bleibt noch anzumerken, dass auch aus Tim Aspe Ökostrom kommt. Auf einer gut 10 Hektar großen Fläche stehen 10 Windkraftanlagen, die bis zur Rotorspitze rund 100 Meter messen. Wasser, Erdgas und Strom schickt allerdings die Stadtwerke Neumünster in die Gemeinde. Was hier wirklich fehlt, sagt eine Anwohnerin, wäre eine kleine Bäckerei. Wenn hier schon kein Kaufmann mehr existieren kann, wäre es schon schön, wenn man morgens ein paar frische Brötchen kaufen kann, eine Zeitung und vielleicht tagsüber sich mit Brot und Kuchen eindecken könnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.